Assalamu alaikum, mein Name ist Guy und ich bin heute hier stellvertretend für das Qt Community Radio, das Madal und Özlem und ich vom September bis Dezember 2022 in der Quartiershalle in der Co-Fabrik durchgeführt haben. Das Qt Community Radio fing an als Idee beziehungsweise als Frage, in der wir Menschen, die im Alltag migrantisiert werden oder marginalisiert werden, uns gefragt haben, welche Räume braucht es in unserem unmittelbaren Lebensraum, um sichtbar zu werden, hörbar zu werden, um eine gemeinsame Praxis zu entwickeln und deshalb haben wir das Qt Community Radio gestartet und freuen uns auf die Fortführung im neuen Qt Community Space. Deshalb kommt uns ganz ganz, ganz gerne, ganz, ganz, ganz bald besuchen in der Herner Straße 9. Alle Infos findet ihr auf unserer Instagram-Seite oder auf qt-community.com und bis dahin!